Hallo und herzlich willkommen zurück bei Donkey Kong Country Tropical Freeze hier in unserem trauten Heim im Eis allein. Da haben wir es ja schon wieder völlig verwirrt, Ellen 16 und bevor hier noch mehr verwirrt wird, starten wir einfach ins nächste Level, oder? Ja, mach mal das Herr Drachenbursche. Natürlich, Ellen 16. Gut, das machen wir Herr Drachenbursche. Wollen wir mal spielen, wenn ich sie wäre Herr Drachenbursche. Ne, das wird verwirrend hier. Spielen wir mal, wir begrüßen jetzt einfach. Wir begrüßen jetzt einfach. Wir spielen das Spiel Begrüßungen. Okay, ich begrüße dann mal den Lukas. Dann begrüße ich den Maxi. Wenn ich sie wäre Herr Drachenbursche. Ja. Ne, warte, das geht ja anders. Wenn ich du wäre. Hä, wie geht das? Ja, ne, 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 seit ZDF Neo heißt es ja, wenn ich sie wäre. Ach so. Da sind sie ja förmlich geworden. Ach so, der Joko und der Klaas. Genau. Der Joko und der Klaas, der Joko und der Klaas. Der Joko, der Joko und der Klaas, Klaas. Nein, äh, Pinky und der Brain. Genau. Wir haben hier letztes Mal schon ziemlich versagt. Haben wir das? Ja, wir haben es nämlich einmal probiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach so, wenn wir versagen, da erinnerst du dich immer nicht mehr dran. Du hast zu früh. Ah was? Viel zu früh. Alles gut. Nein. Noch haben wir nicht verloren. Ach so, doch. Wir hätten da in das Fass reingemischt. Dann hätten wir es sogar noch geschafft. Du hast zu früh. Jetzt haben wir keine 42 Leben mehr. Ja, ist doof. Wir haben uns nämlich noch zwischendurch ein paar Leben geholt. Wie vielleicht dem findigen Zuschauer aufgefallen wird, der die letzte Folge gesehen hat. Der weiß nicht, wie wir nicht mehr ganz 42 Leben hatten. Ja, knapp. Na toll. Jetzt solltest du nicht mehr sterben. Ja genau, die Münzen sollten wir auf jeden Fall einsammeln, damit wir uns wieder Leben kaufen können. Ja. Du darfst. Ich darf. Nachdem ich gerade eben so, uns schon so genial geschossen habe. Ja. Da musst du einfach ein bisschen Geduld haben. Man darf nicht so verdrücken. Auch wenn man Lust drauf hat. Solltest du dich ducken. Ja, ich weiß schon. Nein. Du solltest dich hier festhalten. Naja, ich wollte eigentlich noch die Bananen holen, aber dann halt ohne Bananen. Geht auch ohne Bananen, wie ihr seht. Sankt das gut? Nein. Ich habe in den Kommentaren schon gelesen, dass du Maschbananen im Kopf hast, aber das... Ich habe mir den Teil komplett angeguckt. Ich habe noch keiner Sancti Squad in dem Teil gesungen. Nicht? Nein. Nein. Zeit wird's. Ah. Ja. Die Eule mit wenig Geheule oder so. Ja. Nicht schlecht. Ja, ja. Habe ich ja letztes Mal auch schon geschafft. Das sagt noch gar nichts. Ah. Ups. Nein, nehme ich mit. Nein, ich wollte doch auch mit. Einfach festhalten. Da können wir, glaube ich, nicht runterfallen, oder? Nein, hier gab's noch was. Ganz ruhig. Ich mache erst mal den Fischwerfer. Ja. Der hat mich dafür dann gleich erwischt. Ich springe. Nein, nicht auf die Teile springen. Nicht? Die brechen ab. Ja, aber wir müssen irgendwie rüber. Ich breche sonst auch ab. Ja. So, ich gehe rüber. Du kannst jetzt da oben drauf. Aber Banane. Ich kann doch die letzte Banane holen. Ja, wo die letzte Banane? Was bekomme ich da? Ich werde mich verarschen. Bananen. Ich komme da nicht hin. Keine Sorge. Irgendwann bekommen wir ein Leben dafür. Ah. Huh. Alles klar. Ja, ich bringe aber einen Tick weiter. Vielleicht auf das Donut. Geh, du nach links. Raust aus dem Bildschirm. Schmeiße mich einfach aus dem Bildschirm raus. Die Musik ist cool. Die Musik ist aber allgemein ziemlich geil in dem Level. Du Mondolitenkönig. Ah, das war schon wieder. Ich glaube, das war unser beider Fail. Ich dachte, du hättest uns in den Fisch reingeschossen. Nee, wir sind beide auf dem Fisch, den man nicht hat. Aber wir kriegen hier gleich wieder ein Leben. Das ist schon mal... Wir haben wieder 39 Leben. Ja, hab ich den schon mal. Eigentlich ist das alles gar nicht so schwer. Ja. genau nämlich nicht mit muss gar nicht sein ich finde es auch okay wenn ich nicht mitkommen oder der abgabe springt noch mit nein die gabe sind totgesprungen dann sollte die gabe jetzt wieder hinterher was ja genau das wollte ich nicht sagen da hättest du gerade eben noch herz holen können ja ja ganz ruhig hier ist so hätte er hätte dann habe ich es einfach geholt menschen zwei jahre ich bin aber so herzlich weißt du ja nein nicht wieder darüber sprechen ich breche wieder ab hier ist das herklappt ja ja sie ist das automatisch dann oder hast du geschossen ich habe geschossen aber wir sind ja beide bei den blöden auf die arbeit jetzt kann nur einer draufgehen beim pinguin ja dann muss beide geschafft abhüte die beiden jahre nehmen einmal auf das sein Das war so ein Pech, das war Wahnsinn Hättest du Entdeckung geben müssen, aber dann wäre es vielleicht zu lang da drauf gewesen Sag mal, bin ich Pro-Gamer? Ja, warte Du bist Pro-Gamer? Ich bin Pro-Gamer, Alter, wenn ich Pro-Gamer gewesen wäre, dann hätte ich das Ich bin aber nicht Pro-Gamer, Alter, ich bin Contra-Gamer Achso Ich mag Gamer nicht Nicht? Gamer arbeiten, ey Da gibt es so ganz viele andere gemeine Sprüche, die ich jetzt nicht bringe Geh mal nach Hause Nein, wieso springe ich nicht mehr? Ich will doch eigentlich mal rollen Au, ich wurde zermatscht Jetzt bin ich eine Matsch-Banane Oh mon die Nee, nee, wir kommen wieder verreckt hier Ich und verreckt Sind wir an der Stelle, ich auch letztes Entschuldigung Du wolltest, was? Ja, ja An der Stelle verzweifelt letztes Mal Ich glaube, es war die Stelle irgendwo, oder? Hier sind wir letztes Mal gestammt Ja, irgendwo Irgendwo hier in der Nähe Der hier wenigstens nicht mehr killen Du musst nicht runterkommen, du kannst auch gleich runterspringen Wehe Was wehe? Du schießt uns in eine der Feuerqualle Was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn du stirbst? Das bringt mir ungefähr gar nichts Diesmal war ich ein klein wenig höher Ja, diesmal warst du auch ein klein wenig besser als ich So Ich bin gleich mal ein klein wenig gestorben Hier waren wir dann Stimmt Hier waren wir dann erst da festhalten Ja, erst hier festhalten Dann rüberspringen Und sich dann aufs andere Seite festhalten Ja, richtig Genau das müssen wir machen Ja, bei mir hat er sich erst gar nicht festgehalten Das war gerade eben so ein bisschen das Problem Kannst ja jetzt schon drücken Ich hab's ja gedrückt Schau, schau das Der hält sich bei mir nicht gescheit fest Guck mal, Affe Mann, 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 Mann Hey Vorsicht Der macht uns nicht mehr kaputt Ne Jetzt haben wir zwar auch das Zeug oben verpasst Aber da kann ich gut drauf verzichten Ha, wir haben ein Leben wieder Jawohl Welches Zeug oben Da, hier Da hätten wir drauf springen müssen Naja, aber wir sammeln ja eh nicht Vielleicht ist das ein altertiver Elementausgang Warte, 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 warte Nein, das geht nicht Das wird nicht hinhauen Ne, da kommst du nicht hoch, glaube ich So Erst du Und dann springe ich ab Und dann, nein, geht nicht Nein, nein Wäre zu OP gewesen Ja Oh Gott, oh Gott, wie ich sowas hasse Ne, und so weiter haben wir das letzte Mal gar nicht geschafft, glaube ich Doch, doch Hier war man auf jeden Fall schon Ich hab schon wieder gnadenlos unterschätzt hier alles Doch, doch, hier waren wir schon Waren wir hier schon Ja, ja Genau an der Stelle Oh, Mann, hier Deine Fähigkeit ist so unglaublich Warte kurz Hier bringt ihr nichts Uiuiui Hier genau sind wir letztes Mal gestorben Und dann haben wir aufgehört Okay, was haben wir da Da hab ich versucht reinzugehen unten Weil ich dachte, da wäre was Alter, das war echt mies gerade eben Oh Gott, wie kriegt man das gehen? König, König Oh, oh Oh, das war schön von dir Nein Ich bin auf dir Geh von mir runter Du kannst dann auch so fliegen Oh, oh, ich glaube, wir sollten da rechtzeitig runtergehen, oder? Alter, du bist so ein Oh mein Gott Oh mein Gott Das war ja richtig knapp am Ende da Reaktion, alte Reaktion Vor allem, du weißt überhaupt nicht, was da kommt am Ende Aber wir haben es auch geschafft Wir sind wahre Affen geworden Wir sind Kongs Wir sind King Kong Ich wollte sagen, wie du weißt, wie unser Handy-Tarif heißt Kong-Star Ja Meinst du nicht? Oh Teleportation Ich glaube, wir schießen uns nur mal weiter Ich kann nicht, du bist als Einziger gerade am Leben Oh Puff Jetzt kannst du auch wieder zurück Ja, das ist sehr sinnvoll Wahnsinn Verschollen im Eis Wollen wir auf die Eis schollen gehen? Ja Oder traut das Scheinmeiß? Puff Das ist toll, dass ich mich dahinter hin und her schießen kann Puff Ich will hier Puff schießen, du sollst da nicht in das Level reingehen Okay Mann, 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 Mann Schon schlimmer war manchmal, wenn ich den Controller nicht in der Hand habe Puff, nein, okay Okay, okay Du hast zu viel Reis gehabt Ich bin heiß auf Eis Reis, habe ich gesagt Achso, Reis Wegen Puffreis Ich bin heiß auf Reis im Eis Im Puff Was? Du hast ja schon wieder komplett verwirrt, der LN16 heute Ich? Und verwirrt? Nein 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 Das ist ja kein Bossgegen, das heißt Oh, die Musik Nicht surfen darf man hier, oder? Geh von mir runter Oh, das ist eiskaltes Wasser Ja, richtig Nein Das ist nicht für einen dicken Affen gemacht Ach, müsste, hätten wir Ich komme da hoch Ne, das meinte ich gar nicht Hier hätten wir eigentlich ein Leben bekommen Ja, aber das wissen wir ja nicht Ach, die Musik, schön Ja Die blauen Geisterviecher Mindestens genauso schön Jawohl, die mittleren erwischt Ziel erreicht Es ist immer das gleiche Schauen wir mal, was da unten gibt Weißt du, da kann man noch weiter Eiswasser Ah, ich dachte, es geht Ne, ich bleib oben, du machst da mal Ich mach nochmal Nein Okay, es geht nicht Ich wollte gerade sagen, ich bleibe oben Ja Und du machst da mal Achso Ah, ja, natürlich Warte Ich geh mal So, war schon Geh mal weiter Aha Gesetz der Gravitation und so Aber Was sind das für Fische? Eisfische Alter, jetzt Okay, das ist cool Ich will hier alle Bananen sonnen Komm, schnapp sie dir Oh, da hinten Oh Schau mal, ob uns das hinführt Da hinter, siehst du es nicht? Ja, ja, zum Bonuslevel in Iglo Captain Iglo ist auch noch nicht Schau mal, ob wir Captain Iglo gesehen Oh Gott Nee, Captain Iglo, nicht Gott Kannst mich auch Leo nennen Kann ich machen, ja Die Bonuslevelmusik ist auch sehr cool, wie ich finde Ja gut, das Bonuslevel war eines von den deutlich leichteren Ja Auch wenn Eis war, aber Ein Problem, eiskalt Aber die sind auch immer sehr ähnlich, die Bonuslevel Oh, oh, Feuereule, ich will weg Will hier weg, ich mag keine Feuereulen So, noch Jawoll Guter Mann Achso, da war's Schwein Ja Oh, starker Kong Ja, Mann Gesetze der Gravitation King Kong Nein Ich halte es oben Achso, ich wollte eigentlich Für dich Für den König Nein, König Drachenbursche Nee, du mal lieber das Zeug da holen Achso Ich glaube, wir müssen es auch gar nicht mehr halten, oder? Oh, doch, wir sollten schon noch halten Ja, richtig Jetzt, wo du sagst Ich stelle, ich habe schon wieder einen Bonuslevel Ein Bonuslevel in meinem Leben bekommen So Ich halte es immer noch fest Ich gehe mal rüber Achso, an der Chef Jetzt kannst du kommen Ich hatte keine Wahl Oh, das geht wieder runter Was, ein Wahl? Ich hatte keine Wahl, sagte ich Hi, Wahl Kann man die töten? Ja, kann man Ah, okay Dann müssen wir den da oben irgendwie langsam ausschalten Sonst versinken wir hier Okay, ich gehe schon Bist ja wieder so übermächtig Das geht schon wieder nach oben, oder? Äh Ich springe rüber, dann geht es wieder hoch Achso, das ist so Ah Logik Wieso springt der so hoch? Was fällt dem ein? Wirf ihn halt gegen die andere Ja Oh Diese Springer, ey Arbeitet auch beim Achso-Springer-Verlag Ja Oh 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 nein Nein, ich will nicht versinken Jetzt Oh Nein, nein, nein Aber hier versinke ich hier eigentlich Ey, ich habe da gedrückt Ne, du versinkst hier nicht Es kippt, oder? Stimmung kippt Ah Oh, 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 oh Ja, komm her, komm her Wow Alter Das Vieh kann auch zielen Außer im Ziel war es ja getrunken Ich fühle mich verarscht Oh nein, oh nein, oh nein, könnt ihr mal bitte woanders rumwerfen? Würde ich prima finden Nein, 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 wirf einfach, wirf einfach Also ich stelle mich heute schon wieder an, wie geht gar nicht Wie geht gar nicht Wie geht er? Banan-Banan-Bonus-Level Bonus-Level Nr. 2 Gibt ja gleich was, weil Cosmos 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 Grill ist ein leckerer Burger Oh, ja, ich finde ihn gar nicht mehr so lecker, muss ich dir eigentlich sagen Ja, das ist auf jeden Fall teuer, ist er Ja Dafür erwarte ich eigentlich schon ein bisschen leckerer Ja, das ist halt nicht so viel Das ist halt so Qualität Ich finde ihn auch nicht so... Nein, es ist Bio Ja, sag ich doch Qualität Die sagen, das ist super tolles Fleisch Juhl, für mich Abfall Das ist ein Video von Stefan Rapp Nein, das kenne ich nicht Nein Du meinst den Nippel Ja, genau Ja, der Nippel von Stefan Rapp, genau Das klingt falsch Aber so heißt das, es ist ein Nippelbord Ja, ja, genau Und Stefan Rapps Piepshow, halt So macht man das So macht man das Ich weiß doch, wie das geht Ohne Ö fehlt dir was Jetzt fehlt gleich noch anderes Zeug Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Ich bin verflucht Habe ich ihn jetzt, ja Ja Einen von den beiden sollte ich erwischen, ne Würde sich anbieten Ich kann doch beide nicht erwischen, ist auch okay Ja Dein Wunsch soll mir befehlen Nein, der verfolgt... Nee, das kann man glaube ich so kaum... Doch, man kann's schaffen Doch, doch Haben sogar beide geschafft Ja Jetzt Vorsicht Feier Das ist interessant Das muss man hoch... Ahja, hier kann man eins Mondial Da kannst du sogar auf die Eule drauf springen, finde ich aus Aber nicht, wenn sie brennt Nee, die brennt zwar für ihre Sache schon wieder enorm Oh, da kannst du sogar noch was rausziehen, hm Oh, okay Ja, Mikrofon... Ja, ich kann's oben halten, wenn du jetzt loslassen willst Achso, was bringt das? Spring zu mir Ja Achso, ja, ja Ist ja nicht so... es gibt keine Taste dafür Was sollen wir uns holen? Zwei von den Sachen auf jeden Fall Und das waren keine zwei Was? Ziel erreicht Nein! Ah! Nein, ich will nicht sterben Nein! Hä? Achso, da hätte ich auf das nächste springen müssen Ja, das ist so ein Rad, das rollt Das hat man überhaupt nicht gesehen Das war schon wieder gemein Aber wir waren ja zum Glück hier vor kurzem Ach komm schon Den hättest du ja auch mal For the love of God Den hättest du ja auch mal und so, weißt du, gell? Kennste Ich lass mir wieder hier ein bisschen nach oben transportieren Hast du wieder keinen gebetroffen? Ja, richtig Nein! Ich geh aber unten lang Okay Das ist früher unten lang geht es länger tot oder so Aaaaaaah Glück gehabt, das war einfach nur Glück Kill die scheiß Eule Nicht die Eule soll dich killen Sondern du sollst jetzt drücken Schnell, schnell, schnell Bevor sie wieder zu Feuer Modus Um den Feuer Modus geht Und mich auch noch killt Ah ne, ich war da unten in Deckung Kann sie besser Oh mein Gott Also jetzt auf dich abgesehen Schlaue Eule Achso, da kommst du ja So Diesmal darfst du drücken Nachdem ich es letztes Mal so Ja Leicht verscherzt habe Ähm Du brauchst auf jeden Fall ein Herz Hehehe Immerhin hast du es geschafft Äh Ich bin hier weg Was? Alter, das ist ne Eule Was macht die Eule da? Das war nicht erfolgreich Hä? Das ist ein sehr lebenszehrendes Äh Unterfangen hier Hä? Was habe ich jetzt wieder erwischt? Die Eulen Die sieht man echt schlecht Nein, nein, nein Nein Ok, wie kommen wir Ah da Schwein gehabt Ja wirklich In dem Fall haben wir wirklich Schwein gehabt Es wurde knapp langsam Ja Mach du den Bombard da fertig Mach ich doch Hast du doch gesehen wie prima ich die Vorsicht Danke, 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 danke. Zieh ja schon dran. Zieh schon am Finger. Ich glaub da oben war aber noch irgendwas. Weißt du? Ich glaub wir müssen hier allgemein rum, oder? Ja komm, geh rüber. Vorsicht Fisch. Ja, ich bin ja. Will noch einen Dross-Spaar. Eins, zwei, drei. Da fehlt noch eine, eine Banane. Achso, da haben wir schon bekommen. Ich weiß gar nicht. Wenn man die dreimal hintereinander trifft, dann kriegt man glaube ich... Oh, Heimlow, eins, zwei, drei. Du hast zu viel Zeit hier, glaub ich, gerade. Oh, das war schön. Schade, dass wir keine Bananenmünzen bekommen werden. Hätten wir einen Moment haben, das wär noch schöner gewesen. Wär wiederkommen geworden, ja Wahnsinn. Wir sind, oh. Einer fehlt uns. Wo war der? Nimm Fass, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist ja schon die letzte Welt hier. Schade. Aber wir haben ja noch die Bonus-Welten. Bonus-Level. Die Enden. Bonus-Welten gibt's ja nur bei anderen Nintendo-Spielen. Hust, hust, Mario, hust, hust. Tolle Bonus. Ach, wir schießen uns durch die ganze Insel. Tja, wir sind halt richtige Schießer. Ach, kannst du schon wieder nicht schießen? Du arme Sau. Schöss, endlich. Okay. Wie heißt denn das nächste Letzte? Glatteis-Trümmer. Glatteis-Trümmer. Oh, und da sehe ich eine Mine. Oh, übernächstes ist es eine Mine. Übernächstes ist es eine Mine. Lorelei. Lorelei. Ja. Gute Mine zum schlechten Spiel oder so. Böses Spiel. Aber es ist kein Böses. Man weiß es nicht. Es ist weder ein Böses noch ein schlechtes Spiel. Deswegen... Es ist ein gutes Spiel. Das auf jeden Fall. Also... Doch, Donkey Kong ist super. Und ich hoffe, ihr seid auch so super und schaut den nächsten Part an. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Und möge das Rode NT1-A Mikrofon mit euch sein. Ja, mit dem nehmen wir gerade auf. Servus.